Herzlich Willkommen zurück zu South Park. Wir haben eine neue Nachricht von Mr.Stroge. Ja, wir sind dabei, unsere erste Mission zu machen und wir müssen Kleids Wohnungen finden. Ah, das bin ich. Dahinter muss ich. Ja, ja, ja. Ich muss dahinter. Ich bin voller Amateur. Das ist jetzt unsere dritte Folge. South Park. South Park. Willst du nicht mein Freund sein? Wieso nicht? Ich habe auch gesehen, ein Stimme und zerstört. Da rein? Jawohl. Jetzt bin ich die ganze Wege hergelaufen und dann sagte mir, dass der Craig eine Zeit hat. Was soll der Scheiß? Jawohl. Jawohl. Wasserballon. Heiltrank. Ist da auch einer auf dem Dach? Nö. Was ist das? Was ist das? Muss ich mir mal merken. Vielleicht brauche ich das später mal. Bin ich jetzt. Das ist Craigs Bude. Die Karre, die gepinkelt hat. Klappe, Geld, meins. Nehme ich einfach alles mit. Ein Heiltrank. Nice. Bringt es überhaupt, wenn ich alles kaputt mache. Wahrscheinlich nicht. Wer ist das? Wer bist du? Wo bist du? So spielst du dich mit uns. Was ist mit dem los? Unterhosen. Unterhosen. Was ist mit dem los? Ist voll der Star Trek Fan oder was? USB-Sticks, Mikrochip. Geld. Was ist da ein Drachen? Ja, ja. Da war ein Drachen auf jeden Fall. Kann ich da hin, nö? Los geht's. Wenn es spaziert, bedeutet das, dass du ein freiwillig bekommst. Okay, ich muss von den Typen das iPad finden. Das ist auf dem Dach da. Das sah ja auch so zukunftsmäßig aus. Bestimmt kann ich mir da weiterhelfen, der Typ. Kaputter Schwertgriff. Sackte bei der Kirche. Das ist auf dem Dach. Okay, ich muss das. Oh. Mensch. Ähm, wo ist denn die Kirche? Da oben. Hallo, willst du meine Freundin sein? Moment, da, so, jawoll. Da ist nix, nö. Ähm. Du solltest wissen, dass mir die Sachen mit Ballers wirklich heiltut. So allgemein. So, in den Laden komme ich noch nicht rein, okay? Bruder? Blau-grüne Farbe. Schule! Yeah! Ich bin jetzt auf Bausen im Hof. Kann ich hier eigentlich zu starke Feinde finden, das weiß ich gar nicht. Nur ich schlüssel zu Schulküche. Ah, die Brüftis. Das ist dieser cool alte Mann, der Kleine auf der anderen Seite der Stadt verkauft. Ich sehe, dass du nur Duff und Duff. Oh, bitte. Welcher goth-kid-Walk-Kid-Walk-Sie-Klöse? Wir sind nicht mit Konformisten. Geh, das was wir tun, wie wir tun. Ich muss aussehen, wie die aussehen. Ich würde mich mögen, oder was? Hey! Fick dich. Okay, das sind die Gruftis auf dem Pausenhof. Was ist mit der Kuh? Äh, was ist mit den Huhn, meine ich? Hallo? Geh, sprich mit mir. Ich sehe, eine Warnung. Danger, da kommen wir nicht hier, wie wir nicht mehr raten. Wir werden noch nicht mehr raten. Trash. Hm. Hm. das sieht aus wie die kirche oder sagen ja habe ich den ersten schlag ja doch, kann ich nicht nach Hause gehen, nach dem Flugzeug, damit ich nicht geflogen habe? ich brauche die Lebe noch, warum ich brauche die Lebe, okay komm mal da Kuntan Ja, das ist es, little buddy. Er lebt ja noch gezackte Pfeile. Moment. Hammer der Gerechtigkeit. Angepisst. Der Begeiler ist ausgenockt. Benutze einen Taco der Wiederbelebung, der ihn aufweckt, um ein paar ATP wiederherzustellen. Und was, wenn ich so weitermache? Oh! Philipp und Terence habe ich. Sieg. Fünf. Hier war vorhin ein dritter. Wo ist der hin? Da ist er. I-Pads? Jawoll! Wo komme ich hier hin? Aha. Was hat denn der Fahrer hier so? CD Glauben. Fade plus eins. Geister, vier untersuchen. Jeder Angriff saugt zehn die Füße ein Ziel ab. Können wir zurück zur Quest? Alles nehmen. Das sieht doch schick aus, oder? Was war da? Was war da? Ah ja. Kannst du ein Geheimnis halten? Nichts kann ich. Jetzt geht's los, Kollege. Oh ein Hirschle. What a Pickle! Das counts nicht. Das war nicht so. Dann haben wir ihn. Das war so schlimm. Platt gemacht ihr Wichser, was haben wir hier? Hä? Ah! So kann ich das nicht einsammeln? Kannst du sehen, dass ich mich beschäftigt? Entschuldigung, ich bin zu beschäftigt, mit dir zu sprechen. Vielleicht später. Strafbeschwerden wegen Alkohol am Steuer. Gesundheitstrank, Geld. Randy, der Alkoholiker. Ich bin viel mehr aufmerksam, als ich mit dem letzten Kind. Hey, Junge, find die Schlüssel und komm raus! Geh raus! Du sprichst nicht, oder? Ich auch nicht. Das ist, warum sie mich nicht rauslassen. Komm mal, einen ruhiger Tag. Ich werde dich mit dem letzten Kind nehmen. Ich bin viel mehr aufmerksam, als ich mit dem letzten Kind. Okay, ich brauche Schlüssel, um sie rauszulassen. Gehen wir mal in den ersten Stock schauen. Aha. Gesundheitstrank, ein Dollar. Im Münzautomat, okay. Das kann ich hier machen. Missing. Healthy. Age 43. Hair brown. Ice brown. South Park County. Missing person. Mary Gollum. 33 years old. Die Kriminelle. Aha. Okay. Nice. Cool. Gefällt mir. Schlüssel zur Gefängniszelle. Gefällt mir auch. Ich habe eine Bedeutung mit deinem Namen drauf. Ich habe mal da. Ich habe mal da. Was sind wir aufwarten? Au, jeGz! Oh! Oh! Sollen wir helfen? Ehh! Sollen wir helfen? Ich versteh das nicht, mach die Tasche auf. Was findest du von mir, Kollege? So, lauf weiter. Was geht ab? Ich gehe dir mal befreien, komm. Geh raus und bleib mich allein, Pervert. Du sprach nicht, oder? Ich auch nicht. Das ist das, was du mir ausführen willst. Gefällt mir. Ich finde mehr Freunde und Vorteile, die im Kampf zu bringen. Das ist, wo Jimmy mir das Noogie-Winten gab. Hey, neue Kinder, schau meine Balle! Es ist eine gute Idee, für dich, das ist. Ich weiß nicht, ob du ein 1-Hit ist. Fahm! Nö. Fahk! Schöne umgehauen. Komm, Ballas, hau ihn um! Es gibt mir erstmal Pim, wenn ich die umhra, oder? ich kann eigentlich unendlich auf da reingehen und wieder rauskommend die kann ich jetzt mal wieder rauskommend kannst du sehen wie ich bin m da konnte ich nicht lang laufen genau da ist noch mal so ein ding der dritte gehen wir mal hoch hier es weiß nicht mehr wo war vor uns um zum weg verstecken anführungszeichen eine leitung der stadt die erlösung der medizin was ist das wovon der dritte sterben kann BAM Stan one time gave me the closest wet willie right here Muskie's here up Wo leck ist das? Komm ich da rein? Bitter ich Schlüssel zum Friedensturm Das sind Feinde Ja Konterhaltung Nice Umgehauen Du Lappen Alles nehmen Alles nehmen Mongolien schicken Mongolien Beef Mongolien City Wok Der City Wok Der ist auch ein cooler Typ Verdammte Mongolien Verdammte Mongolen Du solltest nicht in der Schule sein? Oh 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 Take all the prayers Only thing we serving today is the Mongolian Beef Mongolian Beef So good Oh I just love it Oh, hello Mongolian Äh. I'll keep the adults occupied here. You go top of tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood is not a safe place. They move away. Go, go. Beat up the little Mongolian kids. Oh! Hello, Mongolian! Mongolian beef smells like a Rhino Richie's asshole. Cool, are you? Do you have a new friend? Nice. This elf is gonna fuck you up. Are you sure what that is? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah, you blöden Penner. Give me your game. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hello there, Jimbo and Ned. Well, what brings you here today? Business or pleasure? Or vengeance? Vengeance! You've come to the right place. Howdy there. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things you shoot that would delight any taxidermist, survivalist or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to the stupid Democrats. But if you could prove yourself a real hunter, I might be able to get you some better stuff. Okay, was hat denn der? Level 8. Nice. 1000 bis 2100. Level 2. Gasmaske. Schutz vor den stimmenden Gasangriffen. Laufaufsätze, Kostümdinger. Verschiedenes. Das wilde Überleben im South Park. Kaufen. Kram. Staubel verkaufen. Schwarzer Donner. Kronkork 30 Cent, okay. Schau mal, Keramikscherben. Ich kann das alles verkaufen, den ganzen Scheiß hier. Was? Jägerführer für die Tierwelt von South Park? Jägerführer für die Tierwelt von South Park? Was? 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 Glaub ja nicht, dass es einfach wird, die Bestien zu finden, von denen ich dir erzählt habe, neuer. Nett und zwei anderen gefällt das. Denk dran. Diese Bastard kommen nur hinter dir her, wenn du ihnen etwas anbietest, dass sie nicht widerstehen können. Ach ja, genau. Du musst einen der Gegenstände benutzen, die ich dir gebe habe, um sie rauszulocken. Boah? Ich gucke. Ich gucke mich erstmal. Äh. Ich gucke dich aus. Kollege ist das auf dem Platz. Hm. Ich gucke dich. Schrotplatz herauszulocken, benutze eine Kuhglocke um die Farmkuh zu finden und zu besiegen, benutze deine Schwanzkäse um die Penismaus zu finden und zu besiegen, benutze eine Blutorange um einen blutsaugenden Fluchkuhn zu finden und zu besiegen. Was soll ich in die ganze Viecher finden? Das Kino, oder? Jawoll! Bier! Ne, das ist nicht das Kino, das ist die Bar! Jawoll! Blumentopf! Hehehe! Go, go, go! Was geht ab? Well, well, you supposed to be some kind of knight of the round table? Welcome to ye olde Skeeter's Tavern. Tell you what, good sir knight, I got rats in the basement. Biggons! That's why I got stuck with Her Majesty's goddamn health code violation. You think you're a real dungeon dweller? Then go clear out them rats out of my basement. Well, what are you waiting for? Make fucking haste! Nice. What if we just make friends instead? What if we just make friends instead? Boah, die ist geplatzt. Und jetzt die. Und eins und zwei und drei. Boah! I know Valance doesn't solve anything, but I kinda like it. I know Valance doesn't solve anything, but I kinda like it. Well, what are we waiting for? Come on, come on, come on, come on! Come on, come on, come on, come on, come on, come on! You're dead of your best shot and that's all what Jesus asks of you. Ich hoffe, dass ihr euch nicht angregen habt, aber ich muss euch schmerzen. war jetzt kriegst du schnell die kleine ratte hier wieder zu überleben im und er Und jetzt du. Nein. Au. So, okay. Dann. Beende ich mal hier die Folge. Im Keller. Der nächste Folge. Ja. Schauen wir mal, was uns noch alles erwartet. Ja. Ich hoffe, ihr euch gefallen. Und ihr seid auch in der nächsten Video dabei. Ciao.